hallo und herzlich willkommen hier im selbstbewusstsein podcast mir geht es darum dir zu helfen ein erfülltes ein glückliches und erfolgreiches leben zu führen und selbstbewusst sein ist ein ganz ganz wichtiger schlüssel zu und in dem in dem podcast heute in der podcast folge heute möchte ich dir einen kurzen aber doch wie ich finde sehr sehr wichtigen impuls geben der die helfen soll selbstbewusster zu sein und zwar ich weiß nicht genau wie wie sehr du diese ganze coaching blase coaching szene in deutschland einschätzen kannst inwiefern du die kenne ist inwiefern du schon tausend gespräche mit allen möglichen coaches beratern und experten und pseudo experten hat es mir ist in den letzten jahren eine sache aufgefallen im bezug auf meinen eigenen prozess ich lasse mich auch coachen ich lasse mir auch weiterhelfen ich habe auch ganz viel geld in alle möglichen programme gesteckt vieles gutes manches nicht so gute und ich habe ein paar mal erlebt wie mir jemand anders eingeredet hat dass ich ein problem habe dass ich ein ganz schweres problem habe und dass ich jetzt unbedingt aber auch wirklich ganz dringend die hilfe von dieser person oder diesem programm brauche um irgendwas aus meinem leben zu machen sondern das gefühl mit dem ich oft hinterlassen worden bin so dieses gefühl von boah mit mir ist bestimmt was falsch und wenn ich jetzt nicht investiere wenn ich jetzt nicht den schritt mache dann fahre ich mein leben wahrscheinlich gegen die wand vielleicht vielleicht hast du das auch schon ein paar mal erlebt und ich muss zugeben in manchmal in den letzten jahren im coaching habe ich das selber im verkaufsprozess auch mal gemacht also dass ich leuten dass ich leuten das gefühl gegeben habe wenn sie mich jetzt nicht buchen dann ist hier feierabend und das ist nicht so und ich möchte das hat mehrere seiten und zwar kann es ist hilfreich es ist hilfreich dass du leute in dein leben gucken lässt und dass du leuten die erlaubnis erteilt die auch ehrliches feedback zu geben und wirklich mal klar zu gucken wo stehst du wirklich und wo rede ich mir im kopf irgendwelche sachen so schön und drehe mir irgendwie mein leben so zurecht dass ich glaube alles wäre schön alles wäre super dabei nutze ich nur zehn prozent zwanzig prozent vielleicht von dem was ich eigentlich machen möchte und wenn ich dich fragen würde und nimm das bitte nimm die frage bitte ernst weil weil sie lebens verändern lebensweisend sein kann die letzte folge zum beispiel ging darum wie entdeckst du deinen traum und wie lebst du deinen traum wie hast du den mut deinen traum zu leben und wenn du dir jetzt dein dein alltag und so wie du lebst gerade so schön redest alles ist gut alles ist toll und passt schon kann es sein dass du dir einfach nicht die richtigen fragen stellst wenn wenn du wüsstest du könntest nicht scheitern du könntest nicht gegen die wand fahren du könntest keinen fehler machen mit irgendeiner negativen konsequenz alles würde so laufen wie du es dir vorstellst was würdest du tun wie würdest du leben wenn du dir ganz ehrlich diese frage stellst und kommst zu dem ergebnis es ist wirklich ich lebe gerade genau meinen traum ich lebe gerade genau ich würde nichts ändern wenn ich noch das wenn das geld auf dem konto noch überquillen würde und mein bankberater mich anrufen würde und sagen würde ey wir müssen zweites konto öffnen ist zu voll oder wenn du gesundheitlich 120 prozentig alles einfach die ganzen rahmen umstände in deinem leben perfekt wären und du würdest nichts ändern herzlichen glückwunsch du lebst ein ziemlich geniales leben und da gratuliere ich dir zu es könnte aber sein dass du sagst hey eigentlich würde ich gern was anderes machen eigentlich würde ich gern anders leben eigentlich würde ich gerne wo anders leben eigentlich würde ich gerne was weiß ich und aber aus angst dass wenn du das angehen würdest du vielleicht scheitern würdest redest du dir ein das wäre nicht realistisch zum beispiel dein eigenes business zu gründen das ja das das ist selbstunständig das zu anstrengen das ist nichts für dich ist eine story die du dir erzählst ist wahrscheinlich gar nicht so wahr oder du würdest gerne an einem spannenderen ort leben und redest dir aber ein dass das nicht geht weil du hast ja hier verpflichtungen in deutschland und pipapo könnte könnte sein du erzählst dir stories um dich davon zu überzeugen nicht deinen träumen zu folgen und das ist schade weil du hast diese träume nicht ohne grund und wahrscheinlich brennt in dir irgendein vorher für irgendwas was du gerne noch in deinem leben umsetzen möchtest ich stelle mir gerne ab und zu mal die frage und das hat auch jetzt diese diese podcast folge getriggert für mich hey wenn ich jetzt wenn ich jetzt sterbe und früher oder später kommt es auf uns alle zu wenn ich jetzt sterbe oder morgen sterbe und ich gucke auf mein leben zurück was möchte ich was was ich erlebt habe was ich erreicht habe was ich hinterlasse und was für ein gefühl möchte ich auch bei menschen hinterlassen wenn ich zum beispiel wie so ein geist über meine eigene beerdigung schwebe und leuten bei ihren gesprächen zuhörer wie sie über mich reden möchte ich dass sie dass das gefühl bleibt dass ich ihr leben verändert habe zum positiven dass ich ein ganz wichtiger baustein war dass sie heute das machen was sie machen weil das ist das was was mich so antreibt was ich so spannend finde warum ich auch über diesen diesen podcast mache also sei ehrlich zu dir selber was lebst du jetzt schon das was du wirklich leben willst und wenn nicht red dir bitte nicht ein dass es nicht gehen würde sondern frag dich wie fragen wie kannst du das machbar machen was kannst du auch in kleinen schritten verändern um deinem traum einen schritt näher zu kommen so eingeleitet habe ich ja mit hey es gibt leute die reden die ein du hast ein riesenproblem und die machen dir das problembewusstsein so groß dass du glaubst dein leben ist im sack das ist das andere extrem das will ich in keinster weise fördern bei dir aber ich möchte dass du kurz mal innehält und wirklich überlegst was willst du wirklich lebst du jetzt schon deinen traum und wenn nicht bewegt dich einen schritt darauf zu okay ist dein leben jetzt komplett verwirkt und schlecht und aussichtslos wenn du nicht dein traum lebst oder wenn du schon wenn du noch sehr sehr weit von deinem traum weg bist und die antwort ist denkst du wahrscheinlich nein natürlich nicht natürlich lebst du nicht ein beschissenes leben nur weil du nicht hundertprozentig deinen traum lebst und lass dir das bitte nicht einreden von menschen die ganz punktuell in dein leben reingucken wie zum beispiel bei so einem vorgespräch oder bei irgendwie sowas lass sie nicht von diesen menschen einreden dass du da dass du ganz beschissenes leben wer leben würdest sondern schau da so ein bisschen differenziert schau da von mehreren seiten drauf und das das soll mein mein kernthema und impuls heute für dich sein weil ich erlebt habe ich habe leute immer wieder mein leben gucken lassen ich bin recht transparent und ich halte mich für eine sehr ehrliche haut und halte in der regel nicht so viel hinterm berg also wenn mich jemand fragt wie viel geld verdienst du und wie geht es dir wirklich und so weiter dann komme ich sehr schnell auch mit der wahrheit um die ecke und mache mich dadurch natürlich aber auch verletzlich und dann gibt es leute die nehmen da die nehmen das zum zum anlass mir einzureden dass ich ein ganz großes problem hätte und dass ich jetzt dieses coaching programm zum beispiel buchen müsste oder dass ich irgendwas ganz großes verändern müsste meine routine verändern müsste um dann schon weiter zu kommen was diese menschen oft das ist das jetzt wichtig was diese menschen aber oft nicht machen ist den prozess den du schon gegangen bist zu berücksichtigen mir wurde mal eingeredet über wochen dass ich weil eins meiner kernthemen ist ja selbstbewusstsein der titel von dem podcast ist selbstbewusstsein und mir wurde mal eingeredet dass das dass ich das nicht mit gutem gewissen machen könnte weil ich bin gar nicht so selbstbewusst ich bin überhaupt nicht meiner selbst so wirklich bewusst und ich bin auch sehr unsicher wenn ich mit gewissen leuten zusammen bin deswegen ist es nicht gut dass ich hier so ein podcast mache selbstbewusstsein und da ist ja da ist was dran also das hat ja auch einen grund warum ich hier mit dem thema selbstbewusstsein um die ecke kommt weil das auch mein thema ist weil das ein thema ist mit dem ich mich auch beschäftige so und dieser diese das was mir da eingeredet werden sollte ist mir sehr lange nachgegangen also ich habe auch den podcast dann länger pausiert und habe mir gedanken darüber gemacht inwiefern das eine lüge ist die ich lebe und so weiter und ich habe mich darauf verlassen dass ich wahrscheinlich hier nicht ehrlich bin und dann ist es mir irgendwann wie schuppen aus den haaren gefallen tobi es geht doch nicht darum dass ich hundertprozentig 120 tausendprozentig ein perfektes leben lebe absolut meinen traum lebe und nur dann berechtigt bin leuten weiter zu helfen oder auf dich bezogen du bist doch auf einem solange du auf einem guten weg bist nur weil nur weil du noch nicht angekommen bist da wo du eigentlich hin willst ist doch nicht alles was du bis jetzt gemacht hast scheiße klingt vielleicht total simpel aber das musst du dir mal auf der zunge zergehen lassen du hast einen traum du hast ein ziel du hast eine vision und was das leben jetzt ist ist oder was ein aspekt des lebens ist ist dass du dich jetzt jeden tag einen schritt auf dieses ziel zu bewegst jeden tag eine eine einen kleinen schritt in richtung deiner in deiner vision machst dass du jeden tag dein traum sozusagen ein stück näher zu dir holst nur weil du jetzt noch nicht deinen traum lebst ist nicht dein leben verwirkt ich habe mir aufgeschrieben vor ein paar tagen im tagebuch inwiefern lebe ich schon meinen traum habe mir gedanken gemacht über ausrichtung noch mal über wo will ich eigentlich hin und das das fand ich richtig das fand ich richtig schön ich möchte das kurz vorlesen inwiefern lebe ich schon meinen traum ich bin zwar noch nicht in meinem traumhaus aber ich bin auf dem weg auszureisen auf einer insel ich bin zwar noch kein millionär aber ich arbeite jeden tag an meinem business ich inspiriere noch keine tausende und millionen von menschen aber einige hundert schon allein durch den podcast hier ich bin noch nicht komplett durch trainiert aber ich trainiere fast täglich ich habe noch keine familie mit zwei kindern wie das gerne hätte aber ich habe eine tolle frau die mich liebt ich bin auf einem fantastischen weg danke 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 mach dir bewusst was du wirklich willst und was du was du möchtest im leben was dein traum ist wie du leben möchtest sei ehrlich zu dir selbst dass du erkennst wo lebe ich das noch nicht wo bin ich das noch nicht wo rede ich mir vielleicht diese geschichten ein dass mein leben doch irgendwie schon sauberer und toller wäre aber eigentlich lebe ich gerade an meiner bestimmung vorbei und dann schritt nummer drei macht dir aber auch bewusst wie du dich in den letzten wochen und monaten und jahren weiterentwickelt hast wo du schritte nach vorne gekommen bist wo du deinem traum deiner vision schon näher gekommen ist übel dafür dankbarkeit mich macht das unfassbar dankbar zurück zu gucken wer war ich vor fünf jahren und wer bin ich jetzt bin ich jetzt heute schon genau der tobi der ich sein möchte da gibt es so viel luft nach oben noch habe ich jetzt schon meine ganzen träume erfüllt und bin da super dankbar dass alles wahr geworden ist was ich will nee es ist nicht so würde mich anlügen wenn es so wäre aber wenn ich mir angucke wo ich herkomme mir angucke wo ich jetzt gerade stehe und mir angucke wo ich hin will dann bin ich extrem dankbar auf einem weg zu sein wo ich wirklich merke ein paar schritte nach vorne zu kommen wo ich in einer guten richtung unterwegs bin unterwegs bin und deswegen muss ich mich dafür schützen mir von außen einreden zu lassen es wäre was falsch mit mir und mich trotzdem immer wieder zu hinterfragen was kann ich verändern verbessern bin ich noch auf dem richtigen weg gehe ich gerade die richtigen schritte oder verarsche ich mich selbst ich wünsche mir und hoffe dass diese folge dir geholfen hat einerseits noch mal klarheit zu bekommen was willst du wirklich ehrlich mit dir zu sein wo du gerade an deiner bestimmung vorbeiläufst und dann aber auch dankbar zu sein für die entwicklung die du machst und wenn du das gefühl hast und du hast du hast hoffentlich ja in dem podcast ein bisschen mit wie ich ticke und was mir wichtig ist und wenn du das gefühl hast dass ich dir ein stück weiterhelfen darf ein bisschen klarheit schaffen darf mit dir zusammen daran arbeiten darf wie du dich ausrichtest was du eigentlich willst und wie du dahin kommst dann bitte buch dir ein ein vorgespräch kostenlos hier unter dem also in den show notes ist der link findest auch auf der webseite und auf allen möglichen anderen plattformen wo ich aktiv bin und lass uns einfach mal gucken ob es irgendwas gibt was ich für dich tun kann ich stell dich nicht in die ecke und red dir ein dass du besonders schlecht wärst und dass du mich jetzt unbedingt bräucht ist sondern ich würde gerne einfach mal neutral mit dir gucken hey was wo stehst du wo willst du hin was kann ich für dich tun und wenn ich was für dich tun kann da gibt es ein paar möglichkeiten ich habe eine mastermind die jetzt startet bald wo du eben nicht für sechs sieben acht tausend euro in einem einzelcoaching einsteigst sondern wurde schon für günstigeres geld in einer kleinen gruppe dich wirklich mit diesen zentralen themen deiner eigenen persönlichen weiterentwicklung beschäftigen kannst dann gibt es einzelcoachings dann gibt es kostenlose webinare und alle möglichen dinge wie ich versuche auch mehr wert zu geben und impact zu haben vielleicht sogar in deinem leben wenn du den eindruck hast dass ich dir helfen kann melde ich bitte und viel spaß und beim anwenden und wie immer die kurze erinnerung diese drei punkte schreibst du dir raus macht die notizen dazu arbeite damit damit diese podcast folge nicht einfach so in der luft verpufft sondern eine auswirkung hat auf dein leben in dem sinne danke für dein interesse danke fürs zuhören ich freue mich von dir zu hören und bis zur nächsten folge